Was ist eigentlich eine Dramenanalyse? In unserem Video erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du die perfekte Dramenanalyse schreibst. Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. Bei einer Dramenanalyse nimmst du ein Theaterstück genauer unter die Lupe. Du richtest deinen Fokus dabei auf eine bestimmte Szene, auf einen Charakter oder auf einen Handlungsort. Gut. Dein Ziel ist es, den Inhalt mit der sprachlichen Form zu verbinden, um Aussagen über das Drama als Ganzes zu treffen. Meistens bekommst du hierfür eine Textpassage, auf die du deine Analyse beziehen sollst. Bevor du mit deiner Analyse loslegst, verschaffst du dir erst einmal einen Überblick über deine Aufgabenstellung. Sollst du eine Dramenanalyse oder eine Drameninterpretation schreiben? Bei einer Dramenanalyse schaust du dir den Zusammenhang zwischen Inhalt und Form genauer an. Bei einer Drameninterpretation triffst du Aussagen über die Bedeutung eines solchen Zusammenhangs. Wenn du weißt, was zu tun ist, dann lies dir als nächstes deine Textpassage sorgfältig durch. Markiere inhaltliche und sprachliche Besonderheiten mit verschiedenen Farben und mach dir Notizen. Achtung! Deine eigene Meinung ist in einer Dramenanalyse nicht gefragt. In einer Gliederung kannst du deine Gedanken erst einmal ordnen. So fällt es dir leichter, einen roten Faden in deiner Analyse zu finden. Grundsätzlich ist deine Dramenanalyse aus einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss aufgebaut. Übrigens, du schreibst sie immer im Präsenz. Wie du die Abschnitte sinnvoll füllen kannst, erklären wir dir jetzt Schritt für Schritt. Los geht's! Du möchtest kostenlose Bildung unterstützen? Dann abonniere unseren Kanal! Am Anfang deiner Dramenanalyse steht die Einleitung. Im ersten Teil wächst du das Interesse deines Lesers, zum Beispiel durch ein bekanntes Zitat. Der zweite Teil enthält genügend Informationen, damit dein Leser die Analyse auch versteht. Das sieht dann zum Beispiel so aus. In dieser Analyse des Dramas Faust der Tragödie erster Teil von Johann Wolfgang von Goethe, veröffentlicht 1808, soll anhand der Szene Studierzimmer 1 Fausts Charakter näher untersucht werden. Du nennst also den Titel und das Veröffentlichungsdatum des Dramas, den Namen des Autors und alles Wichtige zur Aufgabenstellung. Wenn du eine Szene näher untersuchen sollst, ordne sie auch unbedingt in den Gesamtzusammenhang des Dramas ein. Das machst du, indem du wichtige Szenen davor und danach kurz erläuterst. Das heißt dann Kontextuierung. Aber Achtung! Eine Kontextuierung ist keine Nacherzählung des gesamten Dramas. Gehe nur auf die Aspekte ein, die für deine Aufgabenstellung wichtig sind. Falls du eine These aufstellen sollst, gehört sie ebenfalls in die Einleitung. Eine These ist nichts anderes als eine Behauptung, die du innerhalb deiner Analyse bestätigst oder widerlegst. Deine Einleitung ist jetzt geschafft. Sehr gut. Weiter geht's. In deinem Hauptteil verknüpfst du Inhalt und sprachliche Form, um deine Aufgabenstellung zu beantworten. Wenn du den Inhalt näher betrachtest, achtest du auf die Handlung der Szene, die Charaktere und den Handlungsort. Du schaust dir also ganz genau an, wer was wo in der Szene tut und warum das für das ganze Drama wichtig ist. Dieser Schritt sollte nicht vergessen werden, denn dein Ziel ist es immer, einen Zusammenhang zwischen der speziellen Szene und dem Drama an sich aufzuzeigen. Neben dem Inhalt analysierst du auch die sprachliche Form der Szene. Die Gesprächssituation ist in einem Drama besonders wichtig, da es keinen Erzähler gibt und sich deshalb die Handlung nur in wörtlicher Rede ereignet. Wenn du die Sprache näher untersuchst, achtest du vor allem auf rhetorische Mittel, Besonderheiten im Satzbau und den Sprachstil. Dramen sind, anders als Romane oder Gedichte, dafür geschrieben worden, auf der Bühne aufgeführt zu werden. Deshalb findest du in einem Drama Hinweise auf die Darstellung der Szenen, die Regieanweisungen. Regieanweisungen sind kursiv geschrieben und zählen zu den dramaturgischen Mitteln. Das sind formale Besonderheiten, die du nur in Dramen findest. Super, jetzt hast du es gleich geschafft. In deinem Schluss fasst du als Fazit alle Ergebnisse aus deiner Analyse noch einmal zusammen. Nimm hierbei Bezug auf die Aufgabenstellung. Falls du eine These aufgestellt hast, kannst du sie nun bestätigen oder widerlegen. Zum Schluss rundest du deine Analyse mit abschließenden Gedanken, wie zum Beispiel zur Aktualität des Dramas, ab. Das Herzstück einer Dramenanalyse ist die Szenenanalyse. Falls du hier noch mehr Tipps brauchst, dann schau dir einfach unser Video zur Szenenanalyse an. Viel Spaß! Dir hat das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos, komm auf studyflix.de und hol dir unsere App.